Da kommt noch was. Es könnte sein, dass es noch eine Nahrungsfrucht gibt, nur wenn der nicht verboten soll, kriege ich mal ein Stoß. Was hat er uns denn jetzt? Ich konnte sie noch ein bisschen fesseln, dass ich eine noch nicht erinnere. So, dass wir eigentlich mit dem Nahrungsfrucht die Stamm später noch in den Augenzeit erreichen, die es dann braucht, um locker zu stehen. Jetzt sehen wir also nochmal schön, die Aufklärung, der Platz, dieser Rang, der Schlüssel, von der jetzt mal hinten, die genau hinten kommt und denkt, es wäre ein Stoß. Wir haben alle, passen, passen, passen. Wir haben alle, passen, passen. Und wenn wir hier den Nahrungsfrucht gucken, und generell auch hier der Hünde, da wächst ja immer mehr zu. Wir haben alle, passen, genau so wie die Hände, die Beine zerplatzen, packt, freigesetzt. Wir haben alle, die Beine zerplatzen, die Beine zerplatzen, setzen wir auf die Hände. Die setzen sich halt in der Hände. Wir haben alle, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine. Wir haben alle, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine, die Beine.